Ja. Ja. Geht weiter. Jo, komm mit. Jetzt raus. Alter. Es gibt gleich eine Schelle, Alter. Oder eine gute Deftige. Von Onkel Joey. Äh. Äh. Ich will nichts mehr haben. Kannst du mir Bescheid sagen, wenn, äh, Dingens hier, wenn hier Ofen ein bisschen fertig gebrannt hat, ist, hat. Jetzt weiß ich, was ich mache und jetzt habe ich auch viel mehr Bock. Wir müssen ja jetzt auch schnell aufnehmen, weil wir haben ja wenige Folgen. Viele haben das schon gemerkt, dass wir in letzter Zeit wenige, wenige Tage, oder, was schrede ich jetzt gerade für den Scheiß, äh, viele Tage ausgelassen haben mit aufnehmen, weil wir keine Folgen mehr hatten. Und jetzt nehmen wir auch wieder auf, damit wir ein bisschen mehr Folgen haben im Hintergrund, und damit das alles jetzt hier läuft. Ja. Stimmt's? Nö. Ne, komm mal her. Moment. Wo bist denn du? Na, dort wo du dich bist. Was? Komm, hier. Hier. Moment, bitte. Du redest so scheiß langsam. Geh doch. So, was ist? Du das Logo hier hin, oder? Hier? Mhm. Ähm. Ich wollte alles eigentlich so auf eine Ebene bauen. Ja, dann müssen wir auch erstmal Erde klatschen. Können wir machen? Ich habe noch genügend Erde, denn ich könnte das hier, ich brauche ein Loch, ich brauche ein bisschen großes Loch, ähm, damit ich danach auch tief bauen kann in die Erde. Dann würde das sogar sehr gut passen. Dann brauche ich Erde. Idee. Äh, wo habe ich Erde? So, das sollte für den Anfang reichen. Oder warte, ich brauche auch noch Dingens hier. Oh, Alter, meine Maus. Ich höre mich jetzt selber. Echt? Ja, ich habe mich ein bisschen lauter gemacht. Ja, ich habe mich ein bisschen lauter gemacht. So, bei mir selbst. Ähm. Wie sagtest du? Das heißt, jetzt hier ein bisschen höher. Kannst du das hier mit, äh, danach später auch helfen hier auszufüllen? Kann ich. Wenn ich willst. Ich baue mir hier so eine kleine Vorlage, wie groß ich das bauen soll. Hm. Erst mache ich das ein bisschen klein. Eins, zwei, noch ein bisschen lassen. Eins, zwei, noch ein bisschen lassen. So sollte das dann später sein. Das heißt, hier. Ist hier. Ist hier. Ja, das sollte gehen. Och, Scheiße. Voll. So wäre es noch besser. Ich muss noch ein paar machen. Scheiße. Es wird auf jeden Fall ein... Nein, keine Scheiße. Es wird ein kleineres Häusli oder ein kleineres Lagersystem, was man später noch erweitern kann. Noch sehr, sehr, sehr viel erweitern kann. Ist ja jetzt her, ist hier nur zum Füllen. Zum Füllen. Das war für mich nicht reich, dass die Schäme sind. Voll Sinn. Juhu. So, jetzt gucken wir nach deinem Stein. Naja, es wird... Es wird... ...mh. 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 Es wird... Ich tue gleich mal zu verarbeiten, hm. Ups. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass Hanger Games jetzt auf dem Server gehen? Ne, es ist ja so... Heute erst, wo es geht. Eben. Oh mein Gott, Alter. Die Leute müssen das versuchen. Es ist einfach so smart. Oh mein Gott. Ich hab heute mit dem, ähm... Dingens gezockt. Eben. 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 Also, wir haben zwei stunden glaube ich gezockt, wir konnten nicht mehr aufhören, weil es einfach so geil ist. Ja, er hat mich wäre angeschrieben. Was hat denn der dich gefragt? Ja hab da jetzt nur Hanger Games drauf, ich so, ja cool. Was haben wir... Hanger Games. Ach so. Was ist denn das? Ich hab so ein Fenster vor mein 비� Office und ich bekomms nicht zu. Was ist denn das jetzt die Scheiste? Hey, wo bist du? Moment mal, was ist denn das jetzt? Ist da so ein komisches Fenster vor Minecraft oder Maus? Ach so. Darum ruckelt das immer hinterher. Was ist denn das jetzt? Das sind schwarze Balken da. Willst du mich verarschen? Alter. Ich mach mal ganz, 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 ganz kurz hier einen Cut. Alter. Okay, jetzt schnee ich wieder auf. Habe ich nur gemacht, damit später wenigstens, weißt du, wenn jetzt was abschmiert oder so, damit das dann nicht, ja, wenigstens was kleines hier. Hab ich noch ein paar Steine? Alter! Was kickt denn jetzt ab? Hier geht gar nichts mehr. Wie? Alter. Ich glaube, ich muss Minecraft neu starten. Oh nö. Ja, ich auch. Aber. Was sind wir noch hier? Ja, wer ist das, was du da gemacht hast? Was ist jetzt los, Alter? Ähm. Ich mach von meiner Sicht aus jetzt einen ganz kleinen Cut, weil ich Minecraft neu starte. Bei dir könnte es ja einfach weiter laufen. Bis dann. Nööööööööööööö. ...